Was geht denn da ab? Au! Was ist das denn? Nein, komm schon! Nein! Was hast denn du gespawnt? Was geht? Da bin ich ein Schildchen! Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit diesem wunderbaren, werten Herrn hier. You heard that. Team... ...Susufle. Ja, freut mich. Hallo, hallo. Hallo. Und da unten sieht man schon, da stehen eine ganze Menge Lucky Blocks am Start. Lucky... Spiral Lucky Blocks. Spiral Lucky Blocks. Okay, weil das ist ja schon ziemlich krass, was da abgehen kann. Haben wir ja in den letzten drei Folgen, die ich nicht hochgeladen habe, gesehen. Hat, 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 hat. Ja, ich habe auf jeden Fall noch eine Lucky Blocks Folge. Ja, die kriegt ihr auf jeden Fall auch noch. Und da haben wir die hier benutzt. Ja, und da sind neue Sachen drin. Nicht der alte Shit und so. Also, da sind natürlich auch Sachen drin, die ihr schon kennt. Aber auch, finde ich persönlich, sehr cooler, neuer Scheiß. Warum sind wir denn auf dieser Map hier? Was ist denn an dieser Map so besonders? Ja, diese Map ist so besonders, weil es eine One-Piece-Map ist. Davon sieht man ehrlich gesagt jetzt noch gar nicht mal so viel, weil ich meine Chunks nicht so weit geloadet habe. Aber das wird auf jeden Fall gleich sein, wenn wir losrennen. Und das ist so eine Running-Map. Heißt also, wir müssen... Am Ende gibt es dann ein großes Battle. Da gibt es dann eine Battle-Area. Und da müssen wir natürlich mit dem Stuff... Also, wir haben ja so viele Blocks. Ich glaube, wir haben genug Möglichkeiten, um da abzusahnen. Also, ich glaube, das wird ein richtig heftiges Battle. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Okay. Ja, und dann würde ich einfach sagen, wir nehmen auf jeden Fall gleichzeitig auf. Unsere Folgen kommen gleichzeitig. Das heißt also, ihr könnt definitiv auch unten mal in die Beschreibung gucken. Da könnt ihr auch bei dem geilen Schaffel auf dem Kanal gehen und dem auf das Video klicken. Und dann gucken, wie der das macht. Dann die Werbung klicken. Genau, bitte, bitte die Werbung. Und dann könnt ihr wieder wegschalten. Ja, du nimmst den blauen Pfad und ich nehme den pinken Pfad. So wie es sich für uns gehört. Alles klar. Gut, dann würde ich mal sagen, auf geht's, du Lutscher. Okay, danke. Oh, erstmal schicke Bücher. Alter, mein Aventar ist schon fast voll. Oh, shit! Wow. Was hast du denn? Was ist denn los? Hä? Geil. Ich bin runtergefallen und hänge jetzt in so einem komischen... Ich bin runtergefallen. Oh Gott, Alter, das ist echt... Alter. Boah, und ich kriege auch noch voll wenig Schaden. Warum? Okay, das wird eine sehr, sehr lange Folge. Alles klar. Super. Ui, wie weit der schon ist. Weit! Du bist auch weit. Bitches! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ja, ist klar. Oh, ein Enderman. Ey, was ist das denn? Alter! Was sind das denn für Kackviecher gewesen? Was willst du denn do? Übrigens, wenn einer das... Wenn einer das... Okay, ich muss auf jeden Fall Game Mode 1 machen, sonst komm ich hier. Aua, aua. Slash. Difficulty. Null. Töte mich doch. Raysport. Stimmt doch endlich. Hä? Jetzt ist der... Achso, du hast die Difficulty. Achso. Ich würde übrigens sagen, wir machen ja wohl die Regelung, wenn einer ans Ende angelangt ist, dann muss der andere aufhören. Okay. Also man hat jetzt nicht die Zeit, alles zu öffnen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also es wird generell interessant werden, ob der Server nicht voll zusammenkracht, wenn wir hier 50 Milliarden Dungeons und so irgendwann auf dem Server... Alter, was ist das denn? Das nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Vielleicht nehme ich das auch mit. Wer weiß. Vielleicht braucht man das ja nochmal. Vielleicht brauche ich ja nochmal einen String. Vielleicht möchte ich ja Party... Klar. Ich möchte hübsch aussehen. Ich habe Instant Talent. Du hast no Talent. Was? Was ist Instant Talent? Luck plus 100 has custom drops. Take me camping. Au. Oh, ein unlucky Villager. Warum sage ich eigentlich au? Ich komme ja bloß nicht... Ach man, ich kann ja einfach durchgehen. Luck plus 100 has custom drops. Okay. Oh. Ja, toll. Holy moly, was ist denn das? Cannonball punch me. Was ist das? Du stehst ein bisschen im Weg. Oh, du stehst leicht im Weg. Okay, dankeschön. Oh cool, das ist ein Händler. Oder ist das mein Händler? Ein Händler oder ein Wendler? Oh, Pfeile. Unlucky Villager. Da ist auf jeden Fall eine Truhe. Da ist ja nicht mal was drin. Wow, da ist einfach nur eine kleine Bude für mich drin gewesen. Da ist ja der Wahnsinn. Na super. Guck wie weit der Mongo schon ist. Well, that's your problem. Okay. Oh, cool. Er muss mir in der Open Aria. Okay. Ah, okay. Ich weiß, was das war. Oh, schön. Alles klar. Irgendwie ist mein Händler abgestürzt. Nein. Was ist denn? Left down? Wenn wir ja... Achso. No! Nein. Ich habe vergessen. Oh, so ist es wieder von vorne anfangen. Game rule habe ich nicht eingegeben. Shit. Was soll ich denn mit Silverfish-Spawner? Witch-Spawner? Brauche ich nicht. Nein. Scheiße. Das habe ich ganz vergessen, dass ich ja das noch einstellen muss. Ah, egal. Wir haben noch so viele Blöcke. Also ganz ehrlich, ich glaube, das wären mindestens zwei Folgen. Ja, da kannst du von ausgehen. Oh Mann, jetzt komme ich da nicht... Das Ding ist so unlucky gespawnt, Alter. Boah, leck mich doch am Arsch. Das ist doch kacke. Jetzt mache ich hier gar nichts. Dann nehme ich erst mal das hier. Komme ich jetzt hier vorbei. Jetzt möchte ich das kaputt machen. Hm, egal. Hä? So. Ach, Scheiße. So, jetzt schnell beeilen wir. Puff. Wo ist da nicht mein Essen hin? Oh, nein. Mein Essen ist weg, nachdem ich gestorben. Hä? Wieso ist denn mein Essen weg gewesen? Ich habe kein Ei... Ach, egal. Komm. Ja, ja, bla. So, ich brauche Essen. Ich brauche... Mann, jetzt machen wir die Blöcke weg hier. Diese blöden... Nicht Star-Eak-Steak. Das ist gut. So, zack. Brauche ich zwar wahrscheinlich eh nicht, aber egal. Stimmt. Ich kann ja nicht damit auch kaputt machen. Less OP Mystery Potion. Aha. Ja, komm, ja. Oh, was ist das denn jetzt? Wenn wir sterben, müssen wir übrigens wieder dann dahin gehen. Wir landen ja dann immer beim Spawn Point oder eben ganz am Anfang. Ja, ist schon klar, ne? Schon klar, ne? Bloß damit wir uns da richtig festlegen. Ich habe noch einen zusätzlichen Lucky Block bekommen. Das hat nichts. Das ist ja toll. Das wird dir hier auf der Map bestimmt viel bringen. Du bist aber auch... Alter. Was ist los? Nix. Boah, Ice Tubes Lucky Kitty. Du begleitest mich jetzt. Hä? Das hat ja... Ice Tubes Lucky Kitty. Ja, wow. Ich habe natürlich nichts, um das jetzt abzubauen. Ne, selbst dafür hätte ich nicht... Ich habe auch kein... Ich habe auch kein Wood. Magma Cube Spawner. Aha. Aha. Oh, ja. Ach, nö. Komm schon. Brauch mal... Ich brauche was zum Abbauen. Ja, ich brauche auch was zum Abbauen. Alter, jetzt werden das denn noch mehr. Ich brauche irgendwie so komische Ohrs. Und kann die nicht abbauen. Oh, nice. Apps. Oh, 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 oh. Gib her den Shit. Gib her den Shit. Jawohl. Ach, komm schon. Du kannst mir doch jetzt nicht erzählen, dass du jetzt hier schon die ganze Zeit so weit nach vorne gehst. Oh, Bücher. Wow. Ist ja der Wahnsinn. Wieso? Ich weiß doch, du hast ja gerade selber gesagt, wer hier als Letzter antanzt, der hat dann Pech. Der kann dann nicht mehr mehr Blöcke aufmachen. Daher mache ich das jetzt hier im Schnelldurchlauf, ne? Weg, weg. Vielleicht brauche ich das nochmal. Ja, komm. Okay, mehr brauche ich nicht. Auch weg. Bist du mir das sicher? Ach, nö. Ah, komm schon. Hast du viel Glück heute? Das krieg's le... Boah, ich habe aber auch echt Pech, ey. Der hat der Hali richtig Pech. Und ich habe viel Glück. Jetzt ist es auch noch nachts. In der Tat. In der Tat. Wenn ich auf dieser Linie ziele, wird das größer. Natürlich, dass das schöne... Das ist eine schöne One-Piece-Map ist. Hier, ne? Da hinten. Zorro, ja, hier. Ace. Ja, der liebe Tom, der kennt One-Piece-Map ja gar nicht. Halt die Fresse. Ja, das ist halt an mir alles vorbeigegangen. Ich kenne auch kein Pokémon. Und? Und? Was jetzt? Boah, ich bin aber auch mega scheiße, wa? Boah, wie weit das schon sein muss, ey? Wer ist denn das da... Ne, ich bin wieder am Anfang, weil ich gestorben bin. Ach, komm schon! Wer ist denn das da rechts gerade? Da ist doch die erste Figur. Ja, das ist Ace. Das ist... Ich will dich nicht spoilern, falls du das noch lesen willst. Ja, was hat denn das damit zu tun? Ich weiß doch einfach bloß, wie der jetzt heißt. Ach, Gott schon! Ja, natürlich! Ich werde hier jedes Mal gefickt von den Scheißviechern! Ich werde gefickt! Oh. Alter, das ist ja wohl der Wahnsinn. Okay, ja, ja. Bleib bloß auf dieser Plattform. Bleib bloß auf dieser Plattform! Ich werde jetzt sterbe! Wehe, du fällst hier runter! Okay, okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Okay, okay. Ach, da, komm hier. Bisschen einkaufen. Ach was? Du hast da einen Lucky Villager, oder was? Nein! Der hat bloß einen. Ja, was? Ja, hast du dir schon so einen Scheiß-Trank geholt, ja? Ja, natürlich. Boah, Mann, ey! Wo hast du die Scheiß-Diamanten alle her? Ja, scheiße, ich bin... Mann, warum hat er nicht noch... Halt da mal die Fresse, bitte! Halt, 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 halt! Wow! Der Rest der Diamanten ist jetzt unten im Wasser, oder was? Ist ja der Wahnsinn. Okay, lass ich jetzt versparen können. Oh, 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 oh! Ich müsste mir mal irgendwas hier hinlegen. Ich muss hier angreifen! Leute, wer ist das denn? Ab ins Wasser mit dir! Okay. Ah! Ah! Nein! Wo kommt denn die Mucke her jetzt auf einmal? Was für eine Mucke? Oh, ein Wishing Well. Na, rein damit. Wow! Ich habe ganz viele Kauten bekommen. Jetzt bin ich durch den Scheiß-Blitz gestorben. Ach, du Scheiße. Ice-Tubes Lucky Mule! Ja, Mann! Was ist denn eine Mule? Ich habe einen komischen Ding entbekommen. Stained Shirt. Und jetzt läuft hier auch so eine komische, krasse Abfuck-Mucke. Abfuck-Mucke? Was ist denn für eine Abfuck-Mucke? Ah, Holz sollte ich vielleicht behalten. Nein! Alter! Boah, die Mucke ist voll geil. Die läuft auch, glaube ich, super schnell. Oh, nein! Komm schon. Komm schon, ja. Oh, was kommt denn jetzt da raus? Mann, ich brauche mal einen Checkpoint. Das ist echt... Alter. Nice! Nice! Was? Ja, ich habe geilen Shit bekommen. Ja? Ach, komm schon, bitte! Ach, was ist denn los? Jetzt musst du wieder anfangen. Ja, muss ich. So, perl den Shit. Ich halte mir mal lieber ein bisschen Abstand. Oh, Mann! So, jetzt aber schnell. Du kannst dir was über den Kopf machen. Ja, Papa, du kannst was über den Kopf machen. Ach, Shit. Komm, jetzt spring da hin. Oh, mein geiles Kätzchen. Das begleitet mich die ganze Zeit. Ah, du bist ja horchisch. Das überlebt, das überlebt, ja. Aber ich bin schon, glaube ich, weiter... Ey, haust du dir da eigentlich ein Loch in die Wand rein? Ich? Was? Da, wo die Glasscheibe ist? Ja. Da darfst du dir kein Loch reinhauen, du musst da drüber springen. Du bist ja voll am Cheaten. Oh, am Cheaten, Alter! Dieses... Ja, du musst da drüber springen. Ach, mir doch egal. Nee. Holy moly! Alter, was da alles rauskam? Ja, wahrscheinlich Diamanten. Ja, mehr als genug, ja. Oh, Alter! Auch nice. Oh, nice. Was war das denn? Das sind nicht hier alles für Poshens ein. In the Harrow of the Carton. Oh, Checkpoint, Checkpoint, Schleckpoint. Egal, ich mach trotzdem nochmal Spawnpoint. Oh, komm, weg da nicht. Ich weiß, das funktioniert so nicht. Ah, vielleicht brauch ich die Emeralds noch. Einfach mal behalten. Oh, ein Wishing, oh, ein Wishing, well. Okay. Mal rein damit, na? Ja! Alter! Oh, yes! Oh, bei mir auch, Alter. Boah, lecko mio, fantastico. Nice. Nice, hab ich jetzt Diamants ohne Ende. Ja, ich aber auch. Shit. Geil. Jetzt kann, jetzt kann der Lucky Village aber mal kommen, ja. Oh, was ist das denn? Wow, da ist noch so ein Diamant. Au! Was ist denn jetzt los, hä? Au! Ah! Au! Was ist das denn für Geräusche? Okay. Ey, wie viele, wie viele. Man steht da, Splash Me contains the essence of extreme mud. Okay. Okay, was hab ich jetzt bekommen? Können wir mal bitte Tag machen? Clowness und Jump Boost kann mich nicht mehr bewegen. Können wir mal bitte Tag machen? Kannst du bitte Tag machen? Äh. Bitte können Sie Tag machen. Oh nein. 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 Ich brauche keine Verzauberung. Nein! Das ist jetzt nervig. Das ist jetzt richtig nervig. Hast du eigentlich schon mal Difficulty 0 gemacht? Machen wir Difficulty 0? Ja. Okay. Alter, jetzt regnet das natürlich. Klar. Klar. So, geh mal her den Kack. Ach, come on. Wow, shit, Alter. Mist, das kann ich mir jetzt nicht mehr leisten. Scheiß, lucky villager. Das kann ich mir nicht leisten. Muss man das mal alles irgendwie... Au! So, okay. Wow, was ist das denn? Alter, wie nice. Steven the Defender? Wacking Stick. Wishing well. Oh, oh. Scheiße. Alter! Alter! Oh, ich bin aber auch noch nicht an dem Scheiß-Checkpoint angekommen, ey. Oh Gott. Oh, wenn du hier nämlich am Cheaten bist, dann cheate ich nämlich jetzt auch. Also, hier wäre... Also, man darf hier keine irgendwie, äh... Ja, ist gut. Das hat mich bloß in dem Zeitpunkt aufgeregt, als ich da drüber musste, weil ich einfach weiß, wie viele Jahre ich hier brauche. Ja, ja, ich meine, wir beide wissen ja, wie lange die Map geht. Ja, das stimmt. Das ist, deswegen hat mich das echt nicht interessiert. Da oben sind noch Diamanten. Hä? Da oben sind noch Diamanten. Ich brauche mal eben kurz ein bisschen Holz. Ich frage mich, ob das sich überhaupt lohnt. Das wäre ja wohl eine Verschwendung. Ist das Diamant? Das Problem ist, ich kann aber, ich habe aber auch nicht genug Eisen, um... Alter, da oben ist ja noch viel mehr ist da. Oh, Hunde. Bringt mir viel. Kekse. Eintragen. Nein, das reicht nicht an Diam... LOL. Wie soll ich denn jetzt da hochkommen? Lucky Mystery Poison. Oh, nein. Ich bin die Riesenmagma Cube. Ich bin scheiße. Äh... Äh... Tee. Tee. Ach Gott, dieses Vieh. Okay. So. Alter, meine... Mein Weg ist schon voll im Eimer hier. Ich habe ja noch einen Lucky Defender. Nee, kommt der überhaupt mit? Nö, der bleibt da. Schön. Oh, wer ist er denn? Der... Boah, ich habe den Grimm, Junge! Boah, wenn ich den töten würde, kriege ich bestimmt voll die geile Waffe von dem. Vielleicht kriege ich den ja gekillt. Was ist denn ein Shooting Star? Na komm, bleib da unten. Hm. Ist einfach nur ein Nähtastar. Autsch! Nein! Nein! Ich brenne und sterbe! Nein, bitte nicht! Ach, komm schon! Komm schon! Jo, komm. Gib mir noch einen. Mäh! Man, ich brauche mehr Diamanten, Alter. Weißt du, der Lucky Villager hat so krassen Obershit zu verticken gehabt. Ich glaube, der lebt aber schon nicht mehr. Ich glaube, der ist schon tot. Was? Ich habe... Was ist das denn? Ist das... Ist das eine Rüstung? Oder... Oh ne, ist das eine Armor. Schneller! Ich dachte schon. Ich dachte schon, das wäre ein Rucksack. Schneller! Hä? Oh Gott, was ist das denn jetzt? Nein! Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Egal, was ihr seid. Ich will nichts mit euch zu tun haben. Also, wie schnell die sind! So. Kein Plan, was das... Gerade ein bisschen geschafft. Okay, oh ja. Hier ist wenig los. Sehr gut. Checkpoint! Jump. Okay, das scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Also mache ich mal... Ich muss mal... Ich muss mal hier irgendwie ein bisschen ordnen. So, komm, weg damit. Ja, okay. Brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Ach, komm schon! Todesblumen oder was? Jetzt muss ich Slashkill noch machen. Was ist das denn schon wieder? Mann! Man kann es auch übertreiben. Blaber ich nicht. Wo bist du denn eigentlich? Das Blätspiel. Ja, ich bin weiter vorn. Oh! Ich habe einen Tom Shuffle gespawnt! Wow! Hallo! Hallo! Hey! Das bin ich! Hey, du Arsch! Nehme ich mal mit, wahr? Man weiß ja nie. Du hast mich gestürtet, du Arsch! Oh, da ist noch Fleisch! Was? Hm. Okay. Oh! Oh! Schon wieder? Let's open Mystery Pouch! Hallo! Ist glaube ich besser... Lol! Icetubes Lucky Horse! Okay. Ja, du musst jetzt leider hierbleiben. Was ist... Was ist das denn? Ein riesiger... Lull! Der greift den an. Wie geil ist das denn? Okay. Aber da da! Aber da da! Miu! Oh! Oh! Oh, Alter! Oh! 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 Den schmeiß ich mal weg. Auf das Battle bin ich sehr gespannt. Ohne Scheiß. Das wird... Das wird richtig eklig werden, das Battle. Ach du Scheiße. Ah! Du Scheiße! Oh! Nein! Ach shit! Das war dein auch schon. Also ich hab bis jetzt... Ich hab zwar ne... Ich hab aus Versehen... Nein! Ich hab nen Unlucky Villager! Ich hab aus Versehen einen Block von dir kaputt gemacht, weil das hier gerade... Dadurch, dass hier eine Struktur generiert war, dachte ich... Okay, das ist noch meiner. Oh egal. Okay, ich... Der will Kohle von mir haben. LOL! Oh nein! Äh! Oh, jetzt fang ich wieder hier an. Das brauch ich nicht. Shit. Shit, shit, shit. LOL. Was geht denn da ab? Au! Was ist das denn? Nein! Komm schon! No! Was hast denn du gespawnt? Aua, aua, aua. Wie, was hab ich denn gespawnt? Na, die... Diesen... 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 Schleim da im Wasser. Was ist das denn? Ja, dann weiß ich auch nicht, was das genau für ein Vieh sein soll. Oh, wie geil! Ich schubf dich runter. Oder auch nicht. Jukka hat den Baden. Ich hab immer noch nicht genu... Jetzt hab ich mal langsam nur noch Eisen, um mir was zu bauen. Wie das jetzt zerfetzt ist. Es regnet. Das hört mir auch nur leicht. Wo bin ich denn jetzt hier? Scheiße, was waren jetzt meins? Ich glaub, das ist meins hier. Okay. Jetzt kommt die Scheiße mal weg. Okay. Blumen! Egal, was jetzt noch an Blöcken kommt... Oh! Da ist noch ein Diamantblock, den ich direkt abbauen kann. Oh, nein! Ach, ich bin hier schnell, wenn ich drüber hüpfe. So. Okay, jetzt vorsichtig. Die Frage ist, lebt mein Lucky Villager eigentlich noch? Was ist das hier für einer? Unlucky? Komm schon, wo ist mein Lucky Villager? Da unten steht er. Mann, was ist das denn? Lucky Villager! Hallo! Komm her! Okay, also wir machen nichts kaputt, sagst du. Wir nehmen also jetzt immer die Hindernisse. Gut. Righty! Sag mal, hörst du das in der Aufnahme, dass es hier regnet? Alter, das ist richtig laut gerade. Shit. Shit. Ja gut, da kann ich auch, falls ich sterbe oder sowas. Ja, der Lucky Villager, der war jetzt nochmal wichtig. Ich meine, wir müssen ja auch nicht jeden Block kaputt machen, ne? Wir können ja auch sagen... Klar müssen wir jeden Block kaputt machen. Ja, okay. Du kannst ja nicht einfach gerade... Ja, wenn würde ich jetzt natürlich, wenn ich jetzt voll aufgewürzt... Nee, nee, ich habe es jetzt jeden kaputt gemacht. Ich habe bloß gerade gefragt. Achso, nee, nee, nee. Man muss schon jeden kaputt machen. Ja gut. Gut, dass wir uns da abgesprochen haben. Trampolin? Hä? Ich habe einen Baby-Eistube gespawnt! Wie geil ist das denn? Use me in the open area. Okay. Ach komm, hier ist doch open genug, oder? Jaaa! Nein, nicht schon wieder. Was ist das alles? Ja, aber treib halt, meine Fresse. Na, egal. Boah, was ich hier alles in den Stuff einsammeln kann, das ist echt nicht mehr feiert. Ah, hier. Okay. Spawn point! Buff. So.